Wasser aus der Tiefe und Blick über grüne Wipfel – Bad Wildbad Bad Wildbad ist eine Kurstadt im Nordschwarzwald mit sehr langer Tradition. Belegt ist die Nutzung der mineralreichen Thermalquellen ab dem Mittelalter. Spätestens im 15. Jahrhundert, in der Regierungszeit des Grafen Eberhard im Barte, erlangte die Stadt eine wichtige Rolle und wurde zu einem der meistbesuchten Bäder Deutschlands. Dicht umgeben von dunkelgrün bewaldeten Bergen lebt Bad Wildbad bis heute von der heilsamen Wirkung des Mineralwassers, das mit 35 bis 42 Grad sehr reichlich an die Oberfläche sprudelt. Vitaltherme und Paläthermal und eine Trinkhalle werden von der starken Quelle gespeist. Die Bade- und Kureinrichtungen verleihen der 11.000 Einwohner Stadt mitten im Schwarzwald einen Hauch von Mondänität. Bürgermeister Klaus Mack. Bei uns ist es ja so, dass man praktisch in der Stadt sozusagen den fürchtlichen Eindruck hat hier, die montänen Badeanlagen, der schöne Kurpark hier, die Sommerbergbahn. Und eben mit dieser Bergbahn fährt man dann hinauf in die Höhe und da ist man dann mitten in der Natur. Das ist ja die Besonderheit, dass Sie hier sozusagen in kürzer Zeit geschwind die Höhenmeter überwinden können und dann die Wanderwege, die Mountainbike-Wäge, der Baumwipfelpfad, alles was wir da oben haben, dann beginnt. In den 1980er und 90er Jahren, auch aufgrund der Gesundheitsreform, gingen die Gästezahlen deutlich zurück. Inzwischen, so heißt es, habe sich die Situation wieder verbessert. Eine wichtige Rolle dabei spielt das Rossini-Festival, das jedes Jahr im Sommer stattfindet und sicher auch die unmittelbare Umgebung der Stadt, die sich eng und schmal ins Ennstal drängt. Über 90 Prozent nämlich der Fläche ist von Wald bedeckt. Wald, der zunehmend als Erholungsraum geschätzt wird. Wenn Sie hier einfach mal tief durchatmen können, dann ist es einfach eine Besonderheit hier in der Region und das schätzen gerade die Leute, die aus der Stadt kommen. Bei uns gibt es keine Feinstaubdiskussion oder sowas, sondern hier gibt es Natur pur. Dazu kommt der Anschluss Bad Wildbads an das Karlsruher Stadtbahnnetz. Wir sind natürlich durch die Stadtbahn an die große Welt angeschlossen. Das muss man schon sagen, das ist eine Lebensart für Bad Wildbad geworden. Letztendlich geht die Bahnlinie an sich ja auch wieder auf die Staatsbad-Tradition zurück. Man hat die Staatsbäder damals an das öffentliche Schienennetz angeschlossen. Kommt uns heute zugute. Wir haben jetzt die Stadtbahn. Eine tolle Sache für die Bevölkerung, aber auch für unsere Gäste. Wer dann mit der generalrestaurierten Bergbahn, die 300 Höhenmeter zum Sommerberg hinauffährt, den erwartet dort unter anderem ein Bikerpark, im Winter eine Läupe und ein Skihang und seit September 2014 der Baumwipfelpfad. Esra Pastors lädt ein zu ganz neuen Perspektiven. Man ist einfach ganz nah dran. Man ist nah an den Tannenzweigen dran, man ist nah an den Blättern dran quasi. Und ja, man sieht vielleicht auch Vögel, die man von unten nicht sehen kann oder ähnliches. Vor allem die riesige Holzschnecke, die sich am Ende des eineinviertel Kilometer langen Weges gut 40 Meter in den Himmel hinauf schraubt, ermöglicht beeindruckende Ein- und Ausblicke. Also man sieht quasi ein Meer voll Bäume. Man kann den Schwarzwald sehen, man kann bei gutem Wetter die Schwäbische Alb sehen, bei sehr, sehr klarer Sicht sogar bis zu den Schweizer Alpen. Man sieht von oben runter auf die ganzen Bäume, auf das, ja wie gesagt, Meer voll Bäume. Man sieht von oben runter auf die ganzen Bäume, auf das, ja wie gesagt,